Ist aber, bin ich doof? Nein! Ah! Ah! Willkommen zurück, Freunde der gepflichten Unterhaltung zu. Mario Maker mit mir, eurem Whitey. So, wir spielen vom MK8 Mission Impossible. Let's go! Danke. Nein, nein, nein. Ah, scheiße, hätte ich mal... Hätte mal gucken sollen, ob ich da hätte rübergekonnt, ey. Ist schon geil gemacht, oder? Ist schon... Ist schon fett gemacht, muss man mal echt sagen. Okay. Hahaha, das ist cool. Das ist ja geil. Also hier haben wir uns jetzt gerade getarnt. Okay, das war cool. Okay, das war cool. Okay, es wird schon ein bisschen interessanter. Warte, ich setze. Ja, das ist ja wie cool. Da 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 da. Oh. Miau? Da da da. Da da da. Let's go, oki doki. Okay, muss ich wieder zurück? Muss ich wieder zurück? Warum? Ach, der... Dann sieht sie aber anders aus. Wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist das denn? Scheiße, ich brauche einen Schlüssel. Aber warte mal. Oh Gott, das Ding ist viel zu langsam. War richtig geil. Jetzt müssen wir so eine Art Helikopter fliegen. Der ist mega gemacht. Das ist richtig. Nein! Das ist echt super gemacht. Hammer! 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 Muss man echt sagen? Zwar keine Gegner und so weiter. So keine... Es war wirklich keine Herausforderung, nenne ich das jetzt mal. Aber man muss wirklich sagen, das Level ist einfach super gemacht. Man hat die verschiedenen, ähm... Man hat einfach die verschiedenen, ähm... Ja, so Abschnitte, mischende Possible gehabt. Dann ist man geflogen hinterher. Ja, man hat sich, ähm... Man hat sich, ähm... Verkleidet. Ja, man... Alter, ist richtig gut. Richtig gut gewesen. Ja, auf jeden Fall. Das gibt einen Stern. So, spielen wir mal was von unserem Freund Julian. House of the 15 Challenges. Okay! Bring! 15 Herausforderungen. Ich bin sehr gespannt. Bum, ba-da-bam, bam-bam. Bum, bum. Dün, 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 dün. Alter! Da ist schon die erste Challenge, nenne ich? Und die schaffe ich schon nicht, muss ich sagen. Bum, ba-da-bam, bam-bam. Bum, ba-da-bam. Gut. Mein Freund, die war gut. Hör mal, ne Schelle. Ah, okay, die ist da. Okay, alles klar. Die ist dafür da oben wieder. Alles klar, kapiert. Alter. Alter! Nein! Okay, mein Freund, okay. Das ist ja erstmal die dritte, ey. Oh, bitte! Nein! Scheiße! Oh, bitte nicht! Ehrlich jetzt? Schön, schön, schön. Okay, jetzt aber. So. Ja. Nein! Nein! Das ist doch nicht normal! Das war die Nummer drei! Okay. Das war die Nummer drei! von mir! Ist doch nur... Da rüber, Mann! Ja, okay, das klappt so nicht. Okay, ich glaube, ich muss die richtigen Blöcke finden. Warte mal. Ich muss das anders machen. Warte mal. Yes! Genau so! Bam! Nochmal! football Weserate zerschön. Nochmal! Scheiße, ey! & Nochmal! Ja! Haha, okay, okay, okay. Ja! Mega! Ja! Ja! Maaan! Ha! Ja! Ja! Wie gut, dass ich das eigentlich nochmal machen muss. Komm her jetzt! Lass mich erstmal gucken. Okay, ein Doppel... Okay. ... 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 Warte mal, ich müsste da eigentlich auch... So, so geht's hier, okay. Mann, jetzt geh doch mal da... Nein, die Zeit läuft ab. Nein! Boah, jetzt bist du jetzt aber ein bisschen bei allen hier, ey. Wenigstens noch... Da ist noch ein Checkpoint. Ja, danke, ey. Boah, Alter, gleich keine... Gleich keine Zeit mehr, ey. Zimmer? Zimmer? Zeit, Freunde, Zeit. In Ruhe, Zeit holen. Zack. In Ruhe, Zeit holen wollen wir. Danke. Ja. Geh ich jetzt erst da rüber oder geh ich sofort da... Hier rüber, ne? Ein noch. Scheiße, das war mir... Ah, ist egal. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, 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 ja. Warte, wenn der jetzt gleich stoppt darf, wenn beide jetzt stoppen, warte, jetzt. Ja! Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viel der Challenge war das jetzt. Ja, da ist es. Geil. Mega. Ja. Richtig coole, richtig coole Level. So, spielen wir mal eine vom Ralf. So hieß mein Vater übrigens. Ähm, Clody Speed 1 in 30 Sekunden. Okay. Was ist denn die... 20 Sekunden hat der gebraucht, der Japse, okay. Der Japaner, schuld... Oh, schuldige, oh. Das muss ich rauspiepen, ey. Ach, scheiße, da... Ah. Bapp. Okay, da. Mitte. Unten. Unten. Mitte. Scheiße, die ist ja gar nicht. Okay, 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 okay. Ich hätte mir mal merken sollen, wo. Also, Mitte. Oben. Mitte. Unten. Unten. Mitte. Bapp, bapp. Ey. Scheiße, zweimal unten Mitte zum Schluss. Bapp, bapp. Bapp, bapp. Bapp, bapp. Nein. Bapp. Ist aber, bin ich doof? Nein! Ah! Ah! Null! Null! Okay, Mario-Time! Null! Wie geht das denn? Wie geht das? Guck mal! Deine Zahl 30,003 hier! Wie soll das denn gehen? Bei nur 30 Sekunden! Wenn ich... Mega! Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich dachte, es sind nur 30 Sekunden! Das erklärt mir mal! Ja, das erklärt mir mal! So, spielen wir vom 3MMNGTV hoch 2 Safing Yoshi Welt 1 Level 2 Tu mir das noch mal. Safing Yoshi. Wo ist mein Josh? Wie kriege ich denn meinen Yoshi da raus? Alles egal. Gucken wir erstmal. Da unten ist nichts, ne? So. Na, ha, 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 ha. Hast gedacht, wa? Ach, scheiße, ich brauche ja auch die Münze vom Er... Von ganz oben. Naja, sicher, ey. Ich renne hier los, ey. Und kriege meine Münze nicht. Zack. Vergesse die Münze, ey. Ich muss hier runter. Wiggler, komm zurück. Ja. Ach du Scheiße. Ihr habt den Schlüssel. Ah, jetzt muss ich Yoshi holen. Ah, okay. Und ab zurück. Safing Yoshi. Ja, okay. Ich hab's kapiert. So, und zu guter Letzt spielen wir heute nochmal vom ASG 51 Shows. Also wähle den richtigen Weg. Okay. Gibt's hier irgendwas so? Und die Frage ist ja unten oben. Ach. Okay. Okay. Und wäre schon falsch gewesen. Ja. Ja. Direkt da hochgehen können Ah 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 Scheiße mann So da hoch jetzt Ah Jetzt mal ein bisschen schneller hier Nicht hier so rumhampeln Und wenn der aufhören könnte Hammer zu werfen ich wäre ihn sehr verbunden Ja Nein 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 Oh Ich hab den nur gehört Ich hab Ich hab Ich hab voll die Panik gehabt Ich hab richtige Panik gehabt Ehrlich Okay Okay Freunde das war's für heute Danke dass ihr dabei wart Wenn ihr ein Level für mich habt ja schreibt die Äh Schreibt die ID bitte in die Kommentare Und ähm Wenn du es habt Sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder Daumen nach oben natürlich nicht vergessen Und bis dahin Freunde alles Jute haut rein Peace 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 Peace